Liebe Zuschauer von KTV, wir übertragen folgende Sendungen für Sie von der apostolischen Reise von Papst Franziskus nach Kasachstan. Am 13. September von 15.25 Uhr bis 16 Uhr zeigen wir live die Begegnung mit den Vertretern der Regierung, der Zivilgesellschaft und dem diplomatischen Chor in der Konzerthall. Schalten Sie ein und begleiten Sie zusammen mit Ihrem katholischen Fernsehsender KTV die apostolische Reise von Papst Franziskus nach Kasachstan. Wir freuen uns auf Sie!